Musik Meine Stärken sind Lesen, Rechnen, Fußballspielen, Schreiben, Malen, Zeichnen. Wir haben bei der Einleitung für die Direktorin zungen. Ihr habt sehen, dass sie sich die Tränen aus den Augen gewischt hat. Und der Bundesminister aus Wien hat auch eine Träne gehabt. Also wir haben es am Bilderrahmen. Da haben alle Kinder der Praxisvolksschule unterschrieben. Und da war der Text, also der ganze Liedtext oben. Raum zum Träumen, einen Raum für morgen und den Mut, sich Zielen hinzugeben. Raum zum Lachen, einen Raum zum Forschen und den Mut, ihn heute schon zu leben. Musik Der Lebensbaum, es war sehr schön, ihn zu machen. Wir haben einen Seelengarten. Und das ist die goldene Kugel in der Mitte. Und da sind überall Lebensbäumchen rundherum. Musik 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 Vielen Dank.